Zu einer Shop Auf ganz entspannten Hasen Und ja Dann schauen wir mal wie es heute läuft Bayern auch wieder auf ganz entspannt Die schmeckt Erstmal aus der Party rausgehen, sonst hört ihr mich doppelt Das ist nicht so geil Ich brauche als erstes mal eine nette Pris-Schnuff da weg Ich bin zur Zeit Level 37 im Mittelpost, mir hätte es schon gerne ein bisschen weiter aufgekommen Aber ich gehe jetzt nicht wirklich so auf Aufgaben Weil auf das habe ich eigentlich selber so gar keinen Bock nicht Aufgaben zu machen Den mache ich immer hübsch am Ende von der Season Ich bin einfach ganz entspannt, kommt ja darauf an Trauhe ich noch was, dass ich einen Skin auf 100 bringe Oder auf Max oder so Oder wenn ich überhaupt vom Battle Pass ja nicht Level 100 wäre Dann muss man halt daneben schauen Oder die täglichen Herausforderungen versuche ich schon teilweise zu machen Aber Richtig drauf geiern tue ich jetzt eigentlich nicht drauf Ich habe mir jetzt übrigens ein neues Profilbüttel und einen Banner Ich weiß jetzt noch nicht Also wenn wer einen weiß der einen Banner machen kann Der darf gerne mal in den Chat oder so reinschreiben Weil ich brauche auf jeden Fall noch einen gescheiten Banner Profilbüttel bin ich eigentlich ganz zufrieden Aber wenn es ein besseres gibt dann da die auch anders nehmen Ja moin Gleich am Anfang 6 Granaten Die können eklig werden und Minis Die können eklig werden. Ich brauche auf jeden Fall Ich brauch die Aufmerksamkeit Deskübs Das kann ich nicht mehr Wenn ich alleine nehme, den es Und dann gebe ich eine lifetime Und dann gebe ich etwas Ich glaube, dass das ein bisschen Wenn ihr ein gutes Headset wisst oder so, könnt ihr es auch gerne reinschreiben, holen wir nämlich bald bald ein neues Headset. Die einzige Voraussetzung, was das Headset haben muss, ist, es muss kabellos sein. Das war wichtig. Zur Zeit habe ich so ein RIG, irgendwas, das ist direkt von Playstation aus. Und ja, da nervt mich einfach das Kabel ein bisschen. Also, wenn wir ein gutes Wurst, würdest du es gerne auch mal reinschreiben. Ich versuche halt bis zu einer Shop zum Streamen, ich weiß nicht, ob ich es dann wirklich mache, aber ich denke jetzt einfach mal schon. Also jetzt hat er erst kein Solo, dann hat er irgendwann einmal Duo mit einem Freund und dann später wahrscheinlich Team. Okay, das war Lack, aber... Ich glaube, dass er jeder mal Lack haben darf in Fortnite. Braucht man es, sonst kommt man nicht weit. Der Headset hat auf jeden Fall geschmeckt. Aber ich glaube, dass hinter mir auch noch gefeiert worden ist. Jetzt habe ich eine Einladung, Party Einladung gekriegt. Jetzt wird dann gleich wieder Duo gezeigt. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie zurück. Alles gut bei Ihnen. Immer doch. Das freut mich zu hören. Ich auch. Und bei Ihnen? Alles bestens. Sehr gut. Morgen fallen schon wieder einige Schulen in Bayern aus, gell? Echt jetzt? Wegen Corona-Virus. Ich muss mir einschauen. Da ist schon wieder eine ganze Reihe an Kindergärten und Schulen, die ausfallen wegen Corona-Virus. Ich wünsche langsam schon ein bisschen lächerlich. Also. Ja. Ja, es ist wirklich nicht ohne. Und ich glaube, man darf ihn wirklich nicht unterschätzen. Und es ist scheiße, wie man hat, ja. Aber wenn es ja jeder einfach normal verhält und nicht die größte Trätsaar ist, dann braucht man da auch nicht so einen Aufstand drauf machen. Weil morgen von der Lore hat sich die auch nicht verbreitet. Äh. Aber naja. Freising. Dachrausch. Strandberger. Loll. Skynasium. Habe ich gar nicht so genau geschaut wie an deiner Schuhe, aber du hast dich keine Schuhe, also. Nein, meine ist nicht dabei. Oh, Digga. Sisi. Landkreis Winger. Direkt Winger. Landkreis Fürstenfeldbruck. Landkreis Pospenhoven. Loll. Bei der Edersberg. Sösen über Deg. Hörst du bis eine Stunde. Fälle nicht direkt. Digga, wie hab ich schon grad wieder fettgefingert, oder? Der hat... Hä? Hey, wie kann der 57kp haben, wenn ich ihm vorhin 3.30er gebe und er jedes Mal weit war? Andy, das ist Fortnite. Da ist nichts mehr logisch. Zack mal ein bisschen Solo und dann wieder du, oder wie möchtest du's machen? Ich bin nicht gerade in der Roten, also. Fuck, ich hab grad ganz vergessen, dass du gar nicht dabei bist. Ich hab mir wieder voll salty geflogen, Jesus Christ. Alter, geh, ich war letztens auch so lost, jetzt sag so Solo. Und dann verrecke ich, fast. Alter, war alles krass. Ich bin gerade aus der Tür hinten bei LHS Laussa, hat mich in den Busch eingestellt, ist mir vorbeigelaufen. Und genau in dem Augenblick hab ich mich schon verlassen gedrückt. Alter, ey. Was, dass ich vorhin gemacht hab, einer hat mich laggeschossen und hat mich in den Busch eingesetzt, dann ist er zu mir gekommen, dann hab ich ihm einen 30er gegeben. Und dann hab ich ihm einen 150er gedrückt. Böser wie Junge. Nehmen Sie den Bries, Jörn? Ja. Ist auch. Ich hab jetzt einfach mal wieder einen Streamer geschmissen, auf ganz entspannt, keine Ahnung warum. Macht aus. Hab einmal mein Profilbild geändert, aber das wird wahrscheinlich erst morgen aktualisiert sein. Geh mal ganz stark davon aus. Was ist noch nicht aktualisiert? Mein Profilbild, ich hab nämlich mein Profilbild geändert, also auf YouTube. Achso, ja, das könnte ein bisschen dauern. Bis dann bei allen, die Clio gezeigt wird. Christian. Das stimmt. Und was hast du da rein? Äh, von irgendeiner Season, so ein 100er. Genau, ich hab mir da in Google ein geiles Bild rausgesucht, das was mir gefallen hat. Und das hab ich jetzt einfach mal rein. So, ich schau jetzt, wenn das irgendwie schon da ist, oder nicht? Und dann hab ich ein Bild von meinem Mofa rein. Aber das ist so in der Mitte, anders kann ich es nicht zuschneiden. Da frag ich mich an ihm, weil der kennt oder der macht immer sonst. Okay. Ob er es mir halt eben macht, weil du kennst ja an ihm. Äh. Aber ich denke, wenn ein Ehrenmann ist, dann macht er es. Eben. Also er macht es sowieso nicht, aber er kennt einen. Du musst einmal auf seinen Kanal gehen. Ähm, da hat er auch keine Ahnung wie alt er ist, irgendwie 12- oder 14-Jähriger. Banner und alles, die haben wir sonst gemacht, gell. Und die sind echt Baba. Neu. Und Fund Nails für seine Videos und so zu zeig. Weil, du musst einmal schauen, der ist wieder eigentlich voll im Hype. Weil, der hat jetzt schon 720 Abonnenten um den Dreh. Und, er macht ja seine Videos nicht schlecht, er gibt sich schon Mühe. Also, muss man ihm schon lassen. Neu. Wenn ich mich auch aufregen. Wenn ich mich schon anschaut, dann soll ich mich aber auch abonnieren. Neu. So, ich pushe jetzt erst. Alter, jetzt hätte ich gemeint, er holen wir zu seiner 3er-Formers. Die 3-Schuss-Formers, Alter, hu. Warte. Warte, warte kurz. Ja, genau. Genau. Ohne Scheiße, ich hab keinen Bock mehr. Ich geh immer wegen irgendwelchen Wichsen drauf, weil die mir nur noch Headshots druckern. Das komische ist, in Gruppenkeile, da wo so viel auf den Haufen sind, fixst du immer alle. Ich spüle Gruppenkeile, oder? Ich hab mir vorhin einmal, als ich gerade einen Stream von dir gönnt, vor ungefähr 2 Jahren oder so, einfach mal so, da hast du 2 Stunden lang am Stück Gruppenkeile gespielt. Ich sucht eigentlich Gruppenkeile wie Sau. Ich flexe aber jetzt Sau, bitte. Ich sag's, ich mach 30 kills, also wir wollen fast 30 kills, falls ich auch der 28 Jahre gehabt hab. Naja, so viel bringen manche nicht zusammen. Also ich krieg's nicht zusammen, ich sag's aber auch 0, muss ich echt sagen. Ich wähne in der Season 2 Gruppenkeile rund ein Spiel, dann ist's normal, also... Wenn's dann Spaß macht, kann man's ja spielen. Ich spüle's eigentlich meistens auch nur, weil ich, äh... Dings... Ding haben mag. Also... Bissl... Sam und so verbessern. Also dann eigentlich durch Frunchy und der Action bist du mitgekommen. Ja, ja. Pfff... Das ist schon... Danke. Und so in der Solo-Runde ist ja oft so, ja, du landst, killst vielleicht 1 oder 2 und dann stirbst du wieder. Und so du hast halt wirklich mal so, ja, 20, 30 Minuten ungefähr der Aim üben. Eben. 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 Du hast ja die ganze Zeit voll Action, wenn's du mittendrin bist, wie ich immer. Dann musst du einen Schuh hinter dir bauen, dann musst du den anderen Holteglern gleichzeitig hochschießen. Ja. Du bist unterwegs wie ein Pläder. Du ehrenmann, dass mein Link in deinem Status eine du hast. Normal. Habe ich jetzt gerade gesehen. Richtig ehrenmann. Also ehrlich, du trainierst das einfach, wenn ich jetzt mit dir zock und du dann schon draufgegangen bist und mich zu zweit glasern, dann übe ich das einfach schon. Ja. Dass ich nicht so unter Druck stehe, von der anderen her. Aber wenn ich da oft, also wie jetzt vorhin wieder ins Stream zuschaue, du hast aber halt einfach auch kein Glück. Naja, hab ich ja nicht. Weil, was war denn das gestern bei mir für Winn? Wie oft hab ich bei den letzten Glück gehabt? Ich hab nie Glück. Hast du vorhin gesehen. Ich werd immer so cool. Immer. Egal was ich mach. Und du hast bei mir jetzt so geschaut, als du weißt, der echt so gedacht hab, wie kann man eigentlich so viel Glück haben. Der 200er Headshot. Einfach nur Lucky. Den... Gut, der letzte... Der war scheiße. Der war scheiße. Der war scheiße. Aber bei der Bananen davor schon. Was war denn das für Glück, dass ich da auch grad die Tür aufmache? Das war einfach auch noch Glück. Ja. Okay. Weil, ich hätte ja nicht wirklich einig geschaut, weil mir war es so klar, dass ich da nicht drin wäre. Ja, ja. Aber ich hab mir so gedacht, mein Gott, der muss eine Chance kommen. Aber du musst ja das Tier laufen und er ist ja instant schon bei dir wieder. Ja. 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 Das ging da nicht durch. Ja. Ähm. Ja. Ja. Wie ist die Dauer-Benviron 뭐 auch kein Co-Killer? Einfach fett in meine Fresse. Der Internet spackt gerade richtig ab, Alter. Deins. Nein, deins. Du hörst ja wie Roboter, wie... Es ist wirklich wie ein Roboter, der sich aufgehen tut. Ohne Scheiß. Bei mir ist gar nichts im Stream hier in Mino Malo. Ah, Schülernkill. Okay, da muss ich jetzt aber dazu sagen, ob ich jetzt echt Lack gehabt habe, dass der mir jetzt nicht cool hat. Mit seinen Moroskop, den er probiert hat. Die sind nämlich komplett auch nicht so ausgeschaut. Jawoll. Oh, ein kurzer Schild in die Pau. Hier haben wir wieder noch Malo. Ja, okay, so. Okay. Next. Okay. What? Okay, GG. Er nimmt lieber eine blaue Pump mit anstatt der blaue Tag. Muss man auch nicht verstehen. Nein, muss man echt nicht verstehen. Ja, jetzt stirbt er dran. Ja. So sicher, dass er jetzt da stirbt. Ey, du bist doch so ein Wichser da. Ha! Jetzt wird er vom Fenster aus abgeschossen von seinem Christbaum. Ja. Und der wird jetzt auch wieder geholt, weil er einfach noch lost ist. Oh mein Gott. Ja. Ja. Wie dumm kann man sein. Er bleibt einfach hinter der Treppe stehen und der andere wirft ihm drunter drei Granaten. Warum geht denn der nicht weg, ist der dumm. No fps? Das ist das für wach. Ja. Aufmerсти. Der nicht weg. k k k k k oh Ja, ey, da, Wind-Waffler ist. Ja, ey, da, Wind-Waffler ist. Ich hab viel mehr geschossen, viel mehr daneben Du rege mir nicht so einen Spunnen nach, dass du mir weh Ja Ok, die war fürs Geil Ich hab den gerade mit einer Schallis gar zugelöst Ok, jetzt darf ich mir vor Grund gehen Warum was ist jetzt? Mein Elm mit der Schallis klar leckt mich Jetzt komm ich hinter mir wieder Jawohl, nein jetzt kommt noch mehr, oder? Ich hab den gerade echt mit 10 HP Ich hab den überhaupt full live Na, jetzt wird ein Wetter Erstmal so ein 60er, gell Nein, kann man ja mal machen, gell Geh so hinterher Auf ganz entspannt mich so ein 200er Hedge halt Na der schmeckt Bruder Du bist echt lost Du bist echt lost Hä Ich hab jetzt A-Tills vielleicht schaff ich zu uns gehen die schalte ist kalt, da ist ein schwarzer die ist nur schlecht davon leider die war nicht so gut Oh, 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 oh. Hier ist ein Feuer. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein. Ein 23 gehadet. Das war gerade so lust. Ich habe alle gerade noch vier Kills und habe meine 20 schon wieder. Ich bin wieder komplett zufrieden, ohne Scheiß. Nein, er stealt. Das war real. Ohne Scheiß, Schalliska ist nicht schlecht. Aber du musst wirklich deinen Punker am Blatt dran lassen werden. Ja. Die verzögert es also. Ja. Oder Kunst, Gau und Schäferziehung. Sie ist jetzt nicht schlecht, aber sie geht halt eigentlich auch besser. Früher war es schon so, da wo du überlegt hast, normal ist Gau oder Schalldämpfers Gau, aber da hat die normale Gau die Nose schon vorhin. Scheiß, ohne. Mein Gott. 220 Kills. Ja. Ja. Gewinn. Aber ich finde es wäre brutal, wie viele Punkte man einfach kriegt. Der geilste Modus war aber das, wo Bürger gegen Tomatik spielen. Das war lustig. Du hast da so viele Kills gemacht. Ja. Ich glaube, wo war einer rund, nein, 45 Kills oder so geschafft. Das ist schon verdammt stark. Das ist richtig stark. Aber ich glaube, dass ich den Modus fast kann, wenn ich es mal gespielt habe. Ich habe den Foto da drin immer gespielt, weil er so geil war. Ich feier sie in die Modus, um mal zu spielen. Muss ich da ganz ehrlich sagen. Irgendwie habe ich da mal gespielt. Ich habe plus ein Blei Panther dabei gehabt, dass ich den Rest von Heel zeige. Ja, damals hat man auch noch eine blaue Pump brauchen können. Das stimmt. Und mittlerweile, das möchtest du noch einmal. Ich habe letztens einmal Hautnah-Modus gespielt, dann habe ich eine graue Tech gehabt. Und dann habe ich eine blaue Pump gefunden. Du darfst einfach im Hautnah-Modus keine Pump mehr nehmen. Du darfst da nicht. Du hast es auch schon verloren. Ja. Am besten ist die Schwari Schrodi. Ja, die. Die fickt da. Die ist auf Entfernung wie eine Kampfschroffel in der Season 7 oder so. Oder wie war das die, oder? Pff. Die war in der 10er auch noch drin. Ah, 10er ist glaube ich einer gekommen. Nein, oder 10er? Ist die nicht ausgekommen mit Fortnite Chapter 2 oder ist die davor schon draußen gewesen? In Chapter 2 war es. War ja letzte Season, da war ja die schon lange draußen. Ja. Ja. Die Motor, wo es hilft jetzt, er tauscht uns mit dem, Ding, das Motor, wo die Banane heller käme ist. Ja, genau. Die Banane. Ja, aber nette Ding. Mein Gott, der wird sicherlich mit einer Pump spülen. Ja, Kim, ein 44er hätte schon. Da kann man doch gleich einen Schürf bloßen. Rindfühig. Was ist denn das? Ein 44er hätte schon. Den kann ich mir in Ange auch in den Schürf. Spielst du Gruppenkeile? Na, aber jetzt solo gespielt hat. Bei uns. Du bist. Sei es. Du bist. Ja. Oh, hier. Das ist schon hart, der WC leckt mich am Arsch. 9 HP. Das war richtig, weil einer 9 HP hat. Das geilste ist aber, wenn du full life hast, die einer mit einer heavy snipet, und du auf dein Leben siehst, sondern dort steht ein HP. Das ist das schönste Leben aus Downghost. Wenn du einfach mal unkult hast, geil ist sein Lude. Dann hast du die heavy schönste. Und dann denkst du nur so, bitte nicht auf den Weg. Das ist das beste Leben. Ja, was ist denn das? Mit einer Scheißdreck. Sehr fix. Digga, warum hab ich mir so viele Minis? Ich hab 10 Minis. Ja, da unten ausgebildet. Oh, ich hab nur Lama gesehen, dann hättest du das noch vor. Wenn du nicht, dann geh auf Krillzeugt. Ah, der hat sich schon wieder gegönnt. Ah ja, den hab ich jetzt erst begonnen. Laser war real. Ohne Scheiß. Der da, auch der nächste hier. Ja, das war 3,6-2,2 hits. Der 1-shot hat. Der 1-shot hat. Ja, das war 3,6-2,2 hits. Der 1-shot hat. Mein Gott, er ist jetzt der nächste hier. Da weiß ich nicht. Da weiß ich nicht. Ja, leise ich hier. Ach, der ist ja nicht kaputt. Mein Gott Meine Fresse, Digga Ich hasse die scheiß Pump Mann Gib hier einen 22er Headshot Sei mir nicht böse Meine Fresse Ich bin klein also Ich könnte noch einigen Das war's für heute. Das war's für heute. Wenn er jetzt nicht gleich wieder komplett drauf geht. Wenn er jetzt auf mein Haus geht, dann reiche ich wieder durch. Das war's für heute. Ja, da kann ich mir helfen. Okay, wenn wir unten sehen, dann komme ich letztendlich drüber. Okay. So, das geht jetzt hier. Das ist bloß wie du deine Krog gesauft hast und legst mich doch am Arsch. Alles klar. Ja. Was soll ich da noch machen, Mann? Magst du jetzt einspielen? Es ist ein Oblader. Ja. Eieieiei. Was will wir mit dein Scheißen? Ich mein... Ja, ich bin ja zwei am Spiel. Cool. Ja, ich kann mein Lobby. Ja, das ist so geil, das Kirsch. Ja. Ich kann nicht mehr übernehmen. Ich kann nicht mehr übernehmen. Ich hab's gar nicht mehr übernehmen. Ich hab' den schon gesehen, dass du diese Schützer drin hast. der 200 der war absolut böse digga der weiß ich war krumm der war geil so und bevor man sich gleich wieder komplett aufringen nehmen wir das erste mal richtig schöne fette bris aber hallo zuschauer ist man vorhin hoppen mir noch zugeschaut oder sogar wieder verpisst der hat eine künste gesehen der ist da was hast du denn da so rum ja das nur schnuchwasser geht digga dein thumbnail schaut absolut geil aus da ist gerade Bildschirm drin ach so ja stimmt das habe ich auch schon gesehen brischen brischen mein freund guckst du mir gerade zu nö dann servus an eine wo gerade gekommen ist kannst du gerne mal like und abo droppen kannst du aber auch gerne mitspielen wenn du Bock drauf hast auf ein bisschen timo oder so flexen und sollte nö bist gar nicht bei mir drin gell ja wo ich da schon mal inzwischen wieso du da spielst weil ja ja mag ich einmal sehen was ich bei dir eigentlich witzig finde du spielst so offensichtlich also so offen zum schluss ausse ach die 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 snipen es einfach nicht ich wenn einmal offensichtlich rumlatsch booms 225er aufs maul booms war ja nichts besseres zu tun james booms du gehst nicht zu mir rauf sonst hau ich dir eine in die fresse nur ohne suchen äh leck mal am arsch ich komm wo ist an das ist michael das ist michael gell den hab ich schon einmal ok das zwick die boah bist du ein krasser ja ich denke ich ruf mich flex was ist denn da am flexen wenn er grad dasteht ja ich hab den vergleichsartiger okay du hast mir können digger hier nur ein mini kanntebra wo ist donner keller schätze ich habe ein paar die dritten mann habe ich wo ist der zweite draußen der war schön ich habe einfach mal die ersten zwei schüsse einfach komplett daneben gefegt naja wenn ich beide ganz stabil kalt also gut beim letzten habe ich schon ein bisschen luck gehabt da in verbände habe ich schon hast du kleine muni märche jetzt lächst du mir gerade ein bisschen was ist nicht so nicht ich schaue jetzt verpackt oder das glaube ich scheinbar oh letztlich drüber die werte gesnaked ich lasse meine dinge scannen lkw servus an den oren der ok ma ist außer du hast es wieder uns gerne abo droppen ok das schmeckt das schmeckt und dann noch wirklich so willst du probieren was willst du probieren was passiert ich möchte schauen ob du jetzt ob ich fliegst oder nicht du darfst nicht meistens eigentlich links an der kante lang ist man mehr auf wenn du jetzt schauen ob du jetzt da wehlasst oder das ist morgens kann man dann da hinlatschen weil da ist ein Luftjob ich hab den jetzt mal markiert weil dann wissen wir wo er da war jetzt ist er weg dann wissen wir dass du dich hier haben ich bin gerade bei meinem stammhäuschen also da jetzt schon in deiner stelle aus gar lieb und barri auch heavy sniper bumbali da guckst du bigness heavy snipper holl ich mir halt noch schnell im bigness dahint da die sorgler auf der zone oder hallo das waren sogar zwei holl ich kann noch ein mitnehmen jetzt gesagt noch was wir in season 2 ich schürze die ohr man wusste wieder können Ah, Andi will mir an welche. NICHT. Also meine Mets sind jetzt auch nicht wirklich so, dass ich so... NICE. 200... 220 Quids. 531 Quids, 225 Stuhl. Ist zwar jetzt nicht gerade wenig, aber... Kein mehr, also... Irgendwo hat gerade wer geschossen. Irgendwie so SW240 geht da hinten raus. Ich bin ein bisschen weiter weg von hier. Danke, dass wir... Er ist aber real. Aber das ist nur im Gewehr. Ah, die Feiten. Hinten aussehe. Richtung... 250 sowas. Ja, genau da draußen. Ich laufe mal in die Richtung. Ich misch mich noch mal ein bisschen leier. Aber ein Parkstein oben. Ich... Ich laufe mich noch mal ein bisschen. Ich laufe mal. Ich laufe mal. Ich laufe mal ein bisschen. hau doch mein feuer mal in den player nein andy das one shot ja und jetzt schon an die na moine das hier du kannst meine karten holen die macht denen nicht so viel schaden schau mal wo die zone ist wie ich muss wieder in den augen und das gefällt schon weiter weg da habe ich mir ein solz ich hoffe ich habe nur ein verbände dann brauchen wir nicht lange rumtun ich habe nur loot ja ich hole dich mal war vielleicht auch nicht so blöck wenn ich mir verbände mitgenommen hätte ja das war echt nicht blöck gewesen aber ich laufe jetzt dann direkt du gehst dann zurück und nimmst noch verbände mit eigentlich ist es gescheit wenn sie zu mir oder obwohl ich nicht laufe die zone ist eh davon sorry auch wenn man das woanders ah ja verbände gefunden ich brauche so ein bis muni von oben Schwimm du schon mal? Mach ja. Metz habe ich halb noch nicht. Als ob die nichts gehabt haben. Ich habe 377 geholt und 347 gestorben, mehr oder nicht? Alter, da ist einer gestorben mit Minis und so Zeug. Da haben Minis. Kannst du dich mitnehmen? Nein, habe ich schon gesehen. Ok, jetzt habe ich Metz. Gut. Ich habe noch Jump-Hat an. Jetzt hat er so eine blaue Studie mitgenommen hast. Nein, die sind im Busch gelegen. Oh, super. Ich habe abgeschossen. Von? S, A, U. Steht einer in der Mitte da. Also, dann snipe ich uns da hin. Ach, ich habe auch ein Heavy, sorry. Miner. Losen wir. Ja. Dann holen aber auch. Jetzt ist der Tobi. Ich habe einen No-Scope probiert. Nein, mach es nicht. Das ist mein Kill. Ich mag auch meinen No-Scope probieren. Einfach auch meinen No-Scope. So random. Alter. Seid von schießt du dich so hoch? Da jetzt holen wir ihn da, ober da. Ist das denn los? Jetzt, oder? Blau und Starwart. Wo ist denn der Tobi fällt? Keine Ahnung. Das der jetzt auch noch herrangiert. Alter hat er gar nichts an Waffen gehabt. Nö. Und Metz auch nicht. 10 Metzger. Alter, ich brauch Muni. Von allem dann. Probieren wir noch nicht. Hat er gar nichts gehabt. So, ich hiel mir jetzt halt. Gehen wir mal rein, Nabu. Da. Merci. Hast du noch einen Weg noch zufälle? Ja. Merci. Alter. Da unten warnt, ey. Da drin liegt ein Haufen Loot. Ja. Von außen hat er einfach eine geschossen. Also in der Zone. Ein von mir. Siehst du ihn? Ja, hab ich gesehen. Ja, dann zeig dich halt. Ja, du kannst auch nicht schießen. Der ist eh ein Loa. Ja. Ein 2. Hinten. Hinten. Fliegen gejumpet. Der vorhin hat noch mal einen Hit. Noch mal einen. Der hinten hat auch einen. Ey, das ist weg, oder? Das ist gejumpet. Oder bin ich dumm? Ach, da unten ist. Ich bin da. Kann ich mitnehmen? Kann ich mitnehmen. Minis, da. Kann ich auch nicht mitnehmen. Das ist einfach eine Zone in den Schorn. Der vorhin war ja richtig fett. Yes. Hatten die eigentlich die geflogen? Ich hab gar nicht aufgefallen. Richtung Brook. Ah. Vor und so um am Berg. Ich hab Angst von den anderen. Weil der auch einen Heavy gehabt hat. Wo ist Korn? Bleib jetzt da einfach beim Loot-Rob. Das ist nochmal Pignas. Oh! Blau Attack. Das ist neig. Ich habe auch geschossen. Echt? Jaja, ich habe einen Snipe gekriegt von S. Ja, top wie Snipe. Den holen wir hier den Luftjob, okay? Jaja, alles gut. Ich los ein, okay, und dann baue ich gleich zu. Ja, grüß mal. Boah. Was nimmer nie. Nein, ich bleib bei dir. Nimmer nie. Ich geh da weg. Da oben hat er neu bin, okay. Vor uns. Irgendwo. Ich checke auch nicht von wo. Ich auch nicht. Irgendwie von rechts. Unterhalb vom Berg. Glaube ich. Ja, genau. Für was bin ich eigentlich da lang? Ich will mich schnell. Okay. Der hat mich voll... Alter. Ich habe ein Problem. Ich geh ihm. Ich habe den Wachshot oder... Mann, ich habe mich verbaut. Ich bin immer noch einmal. Was ein Mal, oah, Mann. Gruzifixer, die Wichser. Das ist der komplett Wunsch ab, Mann! Nein! Oida! Nein, ich muss nur noch! Geh nur doch hin zu dem LKW! Das stimmt nicht wahr, oder? Ich darf nur noch nicht so, weil ich beim anderen hockern. Aber sowas ist mir jetzt ganz anders. Da müsste der Klavier weg gehen. Ich gucke mir jetzt an den Busch, ey. Wer ist da schon wieder welche drin hockern? Da fick ich sowieso mein Leben schon wieder. Ach, geh. Der ist lost. Ja, legt's mich! Okay, es sind noch zwei Teams. Einen ist da beim Bus gewesen. Ach, da ja. Und das andere rechts, da hinten, beim Baum. Welchen Baum? Ein Haufen Baum. Ja, da rechts bei'n gelben Häusel waren die. Ah, ja. Die Falten, ey. Der hat eh voll gepiekt, der hinterne. Mein Gott! Ich muss wieder zu denen. Ja, geh da rechts unten lang, einfach übers Wasser oder so. Ich baue dich dann einfach, oder sitze da im Busch ein eh da rechts. Ich baue dich einfach da ein und bleib da. Ist eh wurscht. Ich muss eh drauf hoffen, dass die anderen jetzt endlich mal fighten. Heid, Zocker. Du kannst gerne mitspielen, wenn du magst. Oder Zucker, keine Ahnung. Z, X. Du kannst gerne Like und Abo droppen. Wenn du mitspielen magst, kannst du einfach reinschreiben. Ja, genau. War geil von dir. Das war's auf mich gegangen. Wenn du mitspielen magst, kannst du einfach reinschreiben. Wir hören einfach alle auf die Geiern. Das ist so traurig. Ja, weil ich ja einzeln bin. Ist doch klar. Das ist so riskant, wenn's pikst, dass die die anderen dann wieder snipen, gell? Ja. 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 Du wirst nicht vorher zu denen. Ja. Ja. Wie stark Buh. Fallschaden, gut Ja, leck mich Ohoho Jetzt hast du ein Problem Ja, ja, oder wieder die Ey, ich komm nicht rein Hast du ein Jump jetzt? Nein, eben nicht, das ist mein Problem Jetzt komm jetzt hinter mir auch schon wieder her Bau dir einfach mal ein, vielleicht ging das gegenseitig auch Hier die Oh mein Gott, schauen wir mal, was das wird Ja Okay, komm's Da ist er, siehst du Hau in die rein Vorsicht hinter dir, Kinderglober Jawohl Nein Nein Ich hab falsche Waffe drin Ich war nur auf dem Maschinenpistol Das ist doch letztlich gewesen Ja Nein, oder Doch Na Einer hat nur gelebt Mann Mann, ich hab Ich Ich Tue das nächste Mal echt mein Skar Dann auf Rocket drüber Ich bin's nämlich immer gewohnt Ich bin's nämlich immer gewohnt, dass wenn links Wenn ich schon Rudi hab, dass links neben mir dann Maschinenpistol ist Mann Mann Digga, vor allem wenn ich den jetzt so kalt hätte, dann hätte ich den da oben weggefickt Weil den hätte ich bloß oben schießen, brauche Stimmt, ja Was war uns meine eigentliche, die leg mich da im Arsch Wollen wir wieder auch mit, ne Ich hoffe da gibt mir schon wieder einen Scheiß-Hawvert auf wir haben am Donnerstag noch so wenig zu tun gehabt, dass wir nur noch geputzt haben und dann lieber ihre Schicht schöne Arbeit ja, weil wir nur noch eine Hochleistung als ich gemacht habe, also mit Kombi-Cuttern und so und dann ist nur noch Früchte so, Früchte hinten, zwei, drei Leute vielleicht da brauchst du nur wen in der Schaltwarte, der dann stärker uns dazu tut mhm die anderen haben nix zu tun die haben nur noch putzen können und putzen klang zu zweit am Ausbauraum, weil du hast nicht so viel die sind mir auch schon immer nur noch geputzt und so da waren vier Leute am Anfang draußen dann hat sie Putzen-Morland geschickt magst du das Zollte? ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaub der Powerfisch ist auch schon wieder gegangen. Nach seinem geistreichen Kommentar. Kann sein. Da haben wir welche drin. Aber wir sind auch noch einer drin. Geht unten raus. Ja, genau. Der ist One-Shot. Ich höre das in der Weltwillen. Das Moment, wie man keine Metz mehr hat. Der ist komplett der Kitty. Der ist noch ein Schot. Scheiße, es kommt noch mal. Seit welcher Season spielst du, Crocter? Seit Season 3 spiel. Und der Piper Max sieg ich seit Season 2. Unten. Da. Bei mir. Was ist das? Oh, oida. Nur mehr. Ja. Kannst du ja gerne ein Like oder so droppen, wenn du Bock drauf hast. War richtig Ehre von dir. Draußen? Ja. Bei mir ist er. Push raus. Jawoll. Oh, oida. Wie steh meinst du? Ah. Digga, hab ich das Glück. Geld zwiertel, Digga. Abonniert. Hab geliget. Abonniert. Okay. Hast wahrscheinlich geliked und abonniert. Danke dir. Ehrenmann. Wie gesagt, wenn du mitspielen möchtest, kannst du ja gerne. Wir F.A. schicken da nicht mehr an. Alter, was ist denn jetzt gerade los? Äh, da ist bestimmt, was ich gerade abkaffe für so ein Bonzer. Ja. Bei mir ist er ganz eklig gerade gelaggt. Was ist da noch was? Ich hab gar keine Ahnung. Also ich hab jetzt zwei Kills. Ich hab auch zwei. Vielleicht kein Verstecker. Ist da noch was zum Heilen? Ich hab nichts. Da ist noch der, das Lagerfeuer. Das heilen wir noch schnell hinten. Hast du das? Ja. Ja. Außer sie noch schießen können. Na ja, stimmt. Servus an alle, die gerade da haben. Jetzt gerne ein Like und ein Abo droppen. Mach das genauso wie der Ehrenmann Powerfisch. Ah ja, hinter dir läuft da noch. Okay. Den habe ich gerade ein bisschen. Hat er den Komplett genommen? Hat er den gesnipet? Na. Nein, der hat mit seiner Form als Fan hat schon gedrückt. Ich hab einfach mal da ex-sprayed. Ich hab jetzt noch einen Haken machen. Auf jeden Fall so wieder die Splatter sind drauf. Ja was man denkt. Ja. Ich hab jetzt sonst die LKW. Ich nehm noch was schnell. Ich hab jetzt noch was gesagt. Hast du vertauscht? Das ist jetzt mittlerweile weg. Ha. Hier sind wir aber auch schon voll angefangen. Es kasst mir ja soviel an. Ach der ist schon weg. Bei mir zeigt's noch. Bei mir nicht. Der wird jetzt wieder springen gehen und der Reihe ist schon wieder drauf. Jetzt ist er bei mir auch weg. Ja. Bei mir hast du. Bei diris. Bei diri. Was ist los Schwester jetzt. Bei mir ist das Schlung. Wir schauen doch schnell Risky ein. Also. Dann können wir welche Risky. Warten wir zuhören. Das ist Nummer 1. Was ist das? Was ist das denn? Ja, mein AIM. Goodbye. Du bleibst jetzt so lange, dass du das gesehen hast, wir müssen jetzt eins wieder treffen. Ja, wie gesagt, bist du mit mir jetzt draufgegangen oder nicht? Mich hat schon wieder einer gelasert. Von wo? Ah ja, da rechts. Von mir links ist auch noch einer. Okay, den habe ich gelasert. Ja, wenn's... Digger! Ich riege mich halt nicht auf. Fuck. Wieso? Ah, fickt doch dein Leben, Mann! Ja, genau. Ich habe mir gedacht, der ist nur rechts. Das war's dann mit der da unten wieder komplett. Ich glaube auch nicht mehr, und dann geh auf. So, pflanzt die hier. Ich habe mit der extra Ruhren bloß gemacht, gell? So, jetzt hockst du dich auch her. Sitz. Wurscht. Danke an die Likes und an die Abos. Und da können wir jetzt zwar los die Bananen daher. Aua, es tut echt weh, wenn man dann draufgeht und dann seine Gegner daherkommen. Und die einfach mal Goldscore und Heavy Pump haben. Ja, wer macht... Wer macht das nicht? Ich komme von Marky Livestream. Ah, geil. Marky ist echt ein Ehrenmann. Er ist Marky. Ja... Der hat Marky Live und so und er macht echt das Videos. Der streamt auch gerade. Der hat mehrere Kanäle. Ja, ein großer YouTuber. Der hat... Zurzeit... Also auf seinen Live-Kanal hat er bei 200.000 Abonnenten. Aber ich glaube auf seinen normalen Kanal hat er schon über Millionen oder so. Und warte, wenn er sagt, ich komme von Marky Livestream, hat er gesagt, dass er in der Gaillen wobei ist. Na, ich hoffe, Livestream einig schlimm. So eine Piste. Ja, ja. Pris. Pris. Kannst du schon aufblähen? Na. Eta. Wo ist er denn? Das gute Stück. Wo ist das? Er hat 1,42. Ja, Marky schaue ich auf öfters. Jetzt, oder? Juden. Hast du vielleicht so viele Lippenstifte übrig? Also so Lippensting. Ja. Lücken wir da vielleicht dann ausleihen, weil in der Arbeit genihrte Zutaten, wenn ich kriege das so lockere, Druck, Druck, Druck her den Lippen. Ja, Monza Labello. Ja. Ja, nicht. Das ist mir ein Mangel zum Edi-Kopf. Jetzt sind mir mein Körper. Aufheben. Loading Eye. Keine Ahnung. Muss aber leider auf Powerfisch schon. Mach keine Album-Werbung beim Arki. Die Menschen und Daumen kannst du dann mal ein Like und ein Abo droppen. Auf ganz entspannten Hasen. Wo gehen wir mir überhaupt hier? Fucks. Bläsend, ich bin schon voll weit weg. Egal. Einfach mal zurück. Ciao Powerfisch. Hat mich gefreut, dass du da warst. Oh fuck, jetzt habe ich das Kling verschissen. Ich muss da gleich ins erste Haus. Ah fuck, der Handschuh. Ich komme nicht hoffen, dass du da warst. Fuck. Wo bist du, Leute? In Stinghouse. Ja. Okay. Ich habe ihn schon. Ach, da hinten bist du. Irgendwann nicht verhandelt. Ah. Aber hol mir bitte die Bots. Weil ich konnte nicht ausschießen und sie sprain auf mich. Ja, mit der Pistol-Bereich auf dem Fährdermilow-Fahrung. Du musst verpassen. Nächsten Kill. Jeder, hier ein kleines Problem. Ich wünsche, wie der komplett One-Shot. Letzte da. Wir hören mal die Kisten in der Mitte. Achtung, hinten ist einer. Ich habe 1 AP, 5 AP. Ah, warte, ich habe Madcat. Schieß den noch, der kommt von rechts. Siehst du? Wo steht er jetzt? Mach das, ich komme gleich, wenn ich das Madcat gedruckt habe. Ah, da kommt nur noch einer, hinten Richtung Bus. Oh. Oh mein Gott. Aber beim LKW, glaube ich, hole da noch einen hoch. Ich weiß nicht, dass der einen hochreift. Ich weiß nicht, dass der einen hochreift ist, aber ich weiß nicht, dass der einen hochreift ist. Okay, aber da war noch einer safe. Ich wünsche, wie der einen hochreift. Du hast geheimverstückt, Robi, oder? Ja, okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass der einen hochreift ist. Ich weiß nicht, dass der einen hochreift ist. 44, Boy. Oh, habe ich einen Sniper mit einem Fädel. Ja. Oh, Fuck, das ist wirklich shit wrong. Ich habe da Bandis. gut ok 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 Was hab ich jetzt zugesagt, was LKW gehört? Ja, jetzt zeigt's noch bei mir. Bei mir? Ja, jetzt an da oben gleich wieder weg, geht's dann alles. Ich geh ihm entdecken rein. Er ist noch da, bis jetzt. Ja, der ist selbst noch da. Jetzt ist er doch noch da. Geht's? Ah, Elhaisel, woher ist ein Busch, oder? Okay, ich geh nur noch die Truhe da unten drunter. Ho, geh in ner Rocket Lounge, jetzt geht's da hier. Und da war ner Biggie. Pfff, ich bin jetzt schon salty. Wenn du mal irgendwas Tag findst, dann... Dann... Geh, ich bin jetzt nicht verschollt. Aber mir Handt euch. Ach, jee. Ich schick mich. Ach, mit Boot, ja. Was ist das für Jelen? Ich leise schön bei dir mit Trämpeln, weil ich weiß, wo die Gegner haben. Scheiße. 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 Gut. Deine? Nein, außerdem... Ich hole nix, Mann. Ditte. Mann. Mon. Ui, da. Ja, los zimmseln. Das machst du richtig. Tja um Vorsicht mein Rocket Ja die haben ne Jumped up Kannste ja in meine Karten mit ihnen um Ach gäh, warum ich jetzt schon wieder noch schüssen Stark Dein Leben gäh Ja hat's halt überhaupt, das macht's wichtig Kannste ja in meine Karten, damit niemand da in die Zone einfach geht Ja Das kann ich mir jetzt Ja das ist das Arionär pusht Kunze vielleicht hochholen Ja Ja Kann ich auch mal happy wieder hoch wenns ist Äh ja gut schon Ja da Da hinten liegt sie eh bissl gut Kann ich mir auch bissl was davon holen Oder auch nicht Ich hab keinen Bock mehr ich geh jetzt auf Ohne Scheiße ich nimm jetzt noch Pris und geh auf Ja keinen Bock mehr auf das Scheiß Gäme alter Meine Fresse So Pris 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 Servus Bis Morgen Ich schau dann gleich, du kannst ja Ja kann's mal Ein bisschen spüren Servus da war nur mit der item shop für alle die was interessiert es Was lecken du hast, kommt wahrscheinlich vom Livestream, weil im Internet jetzt nicht das Beste ist. Oh, Malonski ist wieder am Stüssel. Das ist für hässlicher Gleiter, der Fisch da. Okay, das war genau Spock, warum? Aua, bockt, bockt, fuck. Hätte ich live hügexen sollen, dann hätte ich ihn vielleicht noch geschafft. Okay. 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 Skill night high, servus. Kannst gerne ein Like und ein Abo droppen, wenn du Bock drauf hast. Oder auch mitspielen. Ich zock gerade eh Solo. Weil ein Freund von mir aufgegangen ist. Also wenn du Bock wirst, kannst du gerne mitspielen. Kommst du von Bayern? Ja, ich komme von Bayern. Okay. Hi. Hä? Wie viel hältst du denn aus? Digga, mal aim. Alter, wie kommt man so fett fingern? Ein bisschen Eigenwärmung, die Stars natürlich. Von wo? Oberbayern. Zur Grenze zu Niederbayern. Geht doch durch. Abonniert mich, ne? Kein Spaß. Bei mir kann dich fast keiner abonnieren. Hobby-Econy-Abonnenten. Keiner will. Keiner will. Wenn du mal zu seht, wenn ich spiele. Ich spiele hier echt so. Ha. Ha. Zusehen will ich. Ha. 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 Ich spiele ja echt so. 4 abos bei dir läuft ganz schön stark auf jeden fall aber können ja gleich fünf werden wenn du abonnierst na spaß willst du fünf oder sechs ja natürlich gern sechs aber musst nicht abonnieren wenn es da bock kostet aber direkt ausreißen das ist das auch nicht aber man muss ja klar anfangen soll ich dich pushen er kann es natürlich gern machen aber eigentlich ist mir wurscht 145 abonnenten ja heftig muss mir erst mal schaffen aber ich habe nie die mal weil wenn er irgendwann hatte ich hab dich mal abonniert muss es jetzt 46 ab 146 abonnenten haben soll ich dich pushen ja wenn es bock drauf hast wäre das natürlich ehre ehre bro kurs geht raus ja ich hab dir jetzt wirklich abonniert habt ihr jetzt da nicht verarscht falls er bock hat mit zum zocken kennst du ja gerne mal reinschreiben solo ist eh naja irgendwie ein bisschen langweilig also bei der eigenwerbung bitte den naum richtig schalender spaß naja ist ja gar kein werben heute wenn die lust skill night fortnite abo zocken ja bis da ganz schön live wenn es mir bock kannst zum zocken oder so warte gucke fünf minuten auf deine aber ist ok ja kann ich machen auf jeden fall erde wenn du mich pusht jetzt oder gepusht hast ok läuft mal auf mal auf ach komm ach komm oh mein gott ja er haut natürlich wieder skar und alles fach komplett lost skill night auf jeden fall danke für der abo oder lehr krieg über die ausspricht danke auf jeden fall für die abos alles level und die abo ist ja schon doppelt so viel mittlerweile da kann ich uns Danke. Richtig Ehre von dir. Freut mich echt. Wenn du das warst. Ich habe übrigens auch mein Profilbeutel und sowas aktualisiert. Ist nur noch nicht kloan. Danke für das Abo. Und ja man. Richtig Ehre von dir. Danke auf jeden Fall. Ich weiß nicht wie du das machst aber. Ist der andere streamer gerade nicht. Ja. So streamst du selber gerade. Ne. Ah du machst Videos. Zumindest auch keine Funnets und so. Wo soll ich mal hingehen? Schreibt es mir rein. Ja okay. Hätte ja ein bisschen früher sagen können. Ja komm gehen wir Sweetie. Ich mache ja auch Stream aber ich nehme. Achso okay. 12 Abos. Ja richtig geil. Danke auf jeden Fall. Seit welcher Season spritzt ihr alle so? Ich habe. Ich habe. Ich habe. Ich habe. Schau ich auf meinen Main-Account seit zwei Jahren oder was? Achso Season 2 wahrscheinlich meinst oder? Ich brauche dann Black Knight also Battle Pass. Ich brauche das. Was wie heiß da ist statt man zwei wohnen oder was Ja also ich sage jetzt mein Stort jetzt nicht, aber ich wohne eigentlich auch in einer Stadt Also ich wohne in Oberbayern Zur Grenze zu Niederbayern Zur Grenze zu Niederbayern Du kennst Ansbach oder ja kenne ich Aber wohnen jetzt doch eigentlich nicht so in der Nähe Für den Langkreis Ansbach auch geil Kannst du dann abhorisch oder so oder redest du mehr Hochdeutsch Ja wieder das WLAN haben wir wieder Auge gemacht wenn man so ein Lernkabel kaputt gemacht hat Bayerisch geil Wie alt Seite dann alle so Oh Wie alt Wie alt Wy 12 naja dann morgen wieder auf jeden fall schule so skill night also ich eben 282 wie hotfack ich bin 17 okay da möchte ich gleich mal snipen der oder wie man so reich heißt im baubattle lol weiter nein wow wow ja digga ich bau gleichzeitig wie er ich muss bei servus so 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 Kommen wir auf jeden Fall des öfteren einmal landen. Bro, gib mal gleich den fettesten Hit. So, dann schaue ich auch. Oh, Gott. So, 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 so so Okay. was dann auch nicht ich gerade da habe. Gefreit mich auf jeden Fall. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah fuck, er ist unter mir. Ah fuck, man. Dann kann man so reihe scheißen. Dann wieder so einen Hit kassieren. Dann wieder so einen Hit kassieren. Ja, also ich werde jetzt auf jeden Fall den Stream beenden. Ich bedanke mich natürlich für alle, die ein Abo und ein Like gelassen haben. Ist auf jeden Fall mega heftig. Ich habe mehr als dreimal so viele Abos gemacht, als ich am Anfang gehabt habe. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder zum neuen Stream. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und wir sehen uns wieder. Ciao und Servus.